Entschuldigung. Ach. Tja, hol ich mir jetzt erstmal die anderen Knälchen. So, und hat er sich schon losgerissen? Ja, wahrscheinlich hat er sich jetzt losgerissen. Oh, ja, nein, er ist, er ist, ja, er ist losgerissen auf jeden Fall. Es ist natürlich schön, dass er quasi meine Arbeit macht, das finde ich gut. Okay, das wird er gehört haben. Das Ding ist halt, er kann sehr schlecht sehen, aber dafür umso besser hören. Okay, cool, wir haben ihn. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stimmt. Widerlicher Bastardo. Roter Beryl. Sehr schön. Okay, gut, das lief doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, das hätte auch schlimmer ausgehen können. So, okay. Schießpulver. Oh, jetzt nochmal grüne Kraut. Rote Kraut wäre mal echt super, würde ich gut finden. Irgendwie. Dann könnte ich mal eine bessere Mischung da unten machen. So. Fahrstuhl. Ich will nochmal ganz kurz nochmal auf die Karte schauen. Was ist das? Verschlossene Schublade haben wir hier und in das letzte Ding bin ich halt nicht reingekommen. Ich verstehe nicht wieso. Wir hätten ja eigentlich hier lang laufen können. Ich laufe jetzt aber auch nicht den ganzen Weg zurück. Also jetzt nicht wegen, keine Ahnung, da in seinem Kristall oder so ein Schlabomms. So, na dann. Jetzt gucken wir ab, diesmal. Ah, die Kreaturen Erobe stellen. Oh, nee. Oh, nee. Da habe ich mich doch, ach Gott. Da habe ich mich doch schon im Hauptgen, da habe ich mich doch schon so mit Ruhm bekleckert. Hm. Nicht gut. So, dann nehme ich doch hier den. Schraubenschlüssel. Kann man jetzt noch irgendwas sinnvolles kaufen? Eigentlich nicht, ne? Ich denke jetzt erstmal nicht. Tatsächlich wird man Rohstoffe immer kaufen. Ihr könnt es mir leicht machen. Ihr könnt auch den Raketenwerfer kaufen. Aber dafür... Oh, warte mal. Koffererweiterung. So, okay. Jo, damit haben wir jetzt erstmal 64 Schuss plus die 16, die ich im Lauf habe. Das könnte ganz gut klappen. Mal schauen. Komm bald mal wieder vorbei, ja? Ja, ja, ja. Ganz bestimmt. Mein bester. Ganz bestimmt. Oh, ja. Das ist interessant, weil das ist tatsächlich das Areal, in dem wir schon mal gegen zwei Höhlentrollen auf einmal gekämpft haben. Wir können... Damals konnten wir hier unten die Bodenluke öffnen und einen reinfallen lassen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt nochmal ein großes Thema wird, irgendwie. Oder ob wir da überhaupt... Wir gehen gar nicht da runter. Okay. Oder doch? Es weiß auch immer, wo wir sind, weil... Boah. Ist viel. Jetzt reicht's. Komm mit! Hier sollte es gehen. War echt jetzt, Alter? Oh! Mann, das ist doch kein geiler Ort für einen Kampf, ey. Okay. Ist natürlich ein smarter Movie gewesen. Auch das war sehr vorhersehbar, aber... Ja, der sieht schon echt widerlich aus. Oh nein. Nein. Das sieht aus wie so eine Mischung aus... Ja, zube uns, äh... ...diesen... ...spezialexperiment, diesen U3, im Original... ...so wenn bei Mimic war es ganz vorbei. Sieht eklig aus. Ah, das ist jetzt erstmal, uh, warte mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, ohne sowas. Ich weiß jetzt ja nicht, ob ich wirklich auf den Kopf schießen sollte. Diese Dritte immer. Okay, dann werden wir eins kurz erstmal, hier ein bisschen Heilung reinpfeifen. Heilung, mach doch mal das Menü auf. So. Ah, tatsächlich hat die am meisten Power gerade noch. Mh, kann ich jetzt... Oh, lalalalalala, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Scheiße. Ah. Oh, haben wir ihn? Oh, bitte. Na, sehr schön. Okay, Haarspange der Haushälterin. Oh, das ist die Haushälterin? Das ist die Haushälterin? Oh, ist nicht fair, Alter. Ist nicht fair. Und ist auch nicht fair. Igitt. Igitt. Oh Mann, nein, ich wollte doch noch die Fässer haben. Ah, die sind jetzt weg. Schade. Ah. Ist ja wundervoll. Oh, also das hatte ich nun doch nicht erwartet. So, jetzt mach ich mal eine Sammlung. Jetzt gucke ich erstmal hier. Zack. Also, C ist tatsächlich eine echt blöde Taste für Ausweichen. Ist halt ziemlich weit weg. So, wartet jetzt. Ne, hier ist noch ein Fass. Da drüber gucken. Und zack. So, und jetzt gucken wir mal. Nimm mal ho. Benutzen. Das Gute ist halt natürlich dadurch, dass wir halt immer diese kompletten Kombinationen aus Grün, Rot und Gelb benutzen. Irgendwie erweitert sich unten immer unser Lebensbalken und etwas. Ist ganz gut. So, dann schauen wir mal. Wie geht's, Alter? Ja, mit der TNP triffst du hier natürlich gar nichts. Das ist aber auch fieses Vieh, Alter. Oh. Nachladen. So, geh doch mal jetzt endlich drauf. Naja, war wieder die falsche Taste? Ist das doch fürchterlich. Ich saß da, als wie vor. C ist nicht lebbar, Freunde. Als auch, weil ich taste. Ach, doch nicht so ein... Also, bei so einem Vieh würde ich niemals ein Messer-Muff machen, Alter. Also, da nah ran zu gehen... Äh, nee. Nee. Und der ist noch nicht mal tot. Und noch mal so'n völlig beknackter Move. Völlig beknackt! Was machen denn jetzt die Insekten da? Boah. Yay. Oh, scheiße. Die Parasiten. Haben wir ja die Oberhand. Ach cool, wir konnten ihn jetzt einfach ausspucken. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, dann sind wir hoffentlich los. So, was haben wir denn, äh, irgendwas noch? Konnten wir noch irgendwas finden, quasi? Also, luken wir jetzt hier noch irgendwie den widerlichen Wurm? Schauen wir mal nicht. So, dann geht's hier mal raus jetzt. Ach, scheiße, Krauser, ich kann noch völlig vergessen, ey. Sorry. Sieht nicht gut für mich aus. Ich schick dir meine Aufzeichnungen. Vielleicht nützen sie dir. Der Bernstein, Luis. Wo ist er? Du hast mir geholfen. Einen Teil wieder gut zu machen. Red kein Unsinn. Danke, Leda. Du weißt ja, ich bin der gute Samariter. Hilf, Leon, wenn ich weg bin, okay? Warte. Kriegt du eins, würde er mich brauchen. Leon! Warum kommt ich da nicht? Doch, guck ich hin. Wollte grad sagen. Rüber springen wir jetzt wahrscheinlich auch keine Alternative gewesen. Von daher. So, okay. Ja, das sieht mir schon eher nach Miene jetzt hier aus. Okay, da können wir uns hochschwingen. So, wo geht's jetzt hin mit der Seilgondel? Jetzt zurück ins Schloss. Causa ist okay. Ein schöner Gegendarm-Remake, muss ich sagen. Leon, ich hab nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Urturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du's vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Gut. Jetzt zur Krause. Nein, ich möchte nicht gegen Krause kämpfen. Krause ist scheiße. Okay, da muss ich gelang. Ja, zwei Kisten. So, kann doch jetzt hier nicht von Bossfight zu Bossfight flitzen. Irgendwie, die geht da auch nicht. So viel Munition eigentlich. Wahrscheinlich wird halt, wie gesagt, Krauser eher halt tatsächlich Messerkampf machen. Das ist ja lustig. Rumhüpft immer. So, okay. Ja, ja. Oh je, ist da. Oh, gut. Großen Weg nochmal. Ja, schade. Hallo! Gewehr-Munition. Okay. Oh, kein Maler war da. Wurde Grundsagen. Wurde sagen, der Maler hat gekleckert beim Leiter hochsteigen. Ah, hier ist da. So. Oh. Rädchen. Ah, und damit kriegen wir quasi das Bogtor auf. Oh, jetzt müssen wir auch schnell sein. Das ist aber unfair. Na gut, okay. Geht doch relativ langsam. Das passt. Schön. Ah, ein Händler. Oh, da liegt ein neuer Auftrag, wie ich sehe. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Ja, ist mir schon. Insektenkiller. Hat wer schon mal eins dieser widerlichen riesigen Insekten gesehen? Jupp. Hier verstecken sich ganze drei von den Dingern. Drei. Kann die bitte jemand beseitigen? Und bitte, bevor die noch anfangen, es sich hier gemütlich zu machen. Drei Novistatores besiegen. Vater Buße und anschließende Klippe. Gibt acht Spinels dafür und drei Stück sind's. Na okay, wir schauen mal. Vater Buße. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Na, wir lassen mal erstmal. Wir kommen ja eh nochmal zurück hier. So. Jetzt müssen wir einen kleinen Penner finden. So, den zweiten. Der wird's bestimmt mitgekriegt haben. Ja. Aber schein'n doch. Okay. Echt das? Schade. So. Das ist doch geil. Das find ich gut. Das gefällt mir. Das ist ein gutes Perk. Gut investiertes Geld gewesen. Oder was? So. Mal hier irgendwo lag da noch was. Oder lag das schon aufhören? Ja, schein'n ich schon aufgenommen zu haben. So, Fahrt der Buße. Okay, laufen wir erstmal hoch. Mal gucken. Drei sind's. Achso, hier ist der Händler. Okay, hier komm' ich her. Oh, hier. Sprengpfeile. Okay, die werd' ich auf jeden Fall verkaufen. Ups. Was? Was war denn das grad? Okay, haben wir. Blendgranate. Ja, das ist schön, dass wir die jetzt sehen. Egal. Ich weiß nicht, sollte ich bei solchen Sachen... Wie gesagt, ich vertraue sehr auf die Red 9. Ähm. Sollte ich da vielleicht eher doch wirklich auf so eine mitzierte Blendgranate setzen? Ist ja nicht schlecht. Ist auch sehr effektiv. Äh. Rote Kraut. Sauber. Schönes Ding. So, zack. Einmal drehen und einmal bitte hier rauf. Und damit haben wir wieder eine schöne Dreiermische. Wunderbar. So, wir machen erstmal hier schnell einmal Pistolenmunition. Und wir machen einmal MP-Munition. Perfekt. So. Was tut dies? Ah. Es hebt den... Den Klöppel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nicht so gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kommt denn alle Plätze her? Oh. Schade, schade, schade. So. Einmal durch. Wunderbar. Oh. Okay, hier haben wir bis jetzt noch keinen von diesen Monster Todes gefunden. Manchmal bleibe ich hier wirklich mit der... Oh, schön. Tatsächlich hat es im Hauptgame immer echt eine Menge Schrotflinten-Munition die fressen irgendwie, wenn du da angefangen hast diese Schilde kaputt zu schießen Cooler Move Warte mal, hier unten waren noch Kisten Die hol ich mir erstmal schnell Wer bist du? Kommen die denn alle immer her? Steht ja nicht So Dann haben wir wieder ein paar Bogen-Schützen, also Ambos-Schützen Überlebt Nope Hoppala Na Sorry Ach, echt jetzt? Oh, was, 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 das ist neu Das war jetzt neu Ich wusste ja nicht, dass die auch spucken können Die Penner So So So, Klo für weiter und Klo für weiter Irgendwie, ich hab hier noch nicht einen von diesen Viechern gefunden So, da, da muss ich kurven nochmal Guck mal ganz kurz Ist hocher Altarraum Hier muss man auch nochmal zurück Naja, das Problem ist halt Naja, das Problem ist halt, wenn ich jetzt hier reingehe Dann ist, glaube ich, der Auftrag erloschen Würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen Hier ist so ein Alter, die sind ja richtig versteckt Die sind ja richtig versteckt Da war er doch eins Guck mal an Da ist er Da ist er Zack, haben wir Das war's Sehr cool Sehr, sehr cool So, jetzt müssen wir natürlich leider zum Händler zurück Um die Aufhärbe abzuheben Wunderbar So, zum Tauschen ist jetzt gerade nichts Ob das uns jetzt irgendwie interessieren könnte Die Götzen und die Haarsprange können wir verkaufen Wunderbar Wir gehen mal ganz kurz nochmal in den Tuning-Bereich rein Und holen uns hier mal Noch das letzte Update Ah, Feuer, Nachladegeschwindigkeit Magazin, Größe wäre hier auch ganz cool Mh, tja, was, was, was machen wir Wir machen jetzt mal ein Schwetter Spannend Okay, gut Jetzt gehen wir quasi wieder zurück Und ich werde das, glaube ich, mal abkürzen Und wir sind oben So, und wir sind jetzt Also hinter Krauser her Immer noch irgendwie Mann Nicht, denn ich Krauser ist nicht gut So, na denn Auf geht's Wahrscheinlich geht's jetzt auf die Insel Hey Back on the island Wie läuft's? Krauser ist im Besitz des Bernsteins Und wieder enttäuscht du mich? Ich hole ihn zurück Keine Sorge Das hoffe ich Wir dürfen uns keine Fehler erlauben Verstanden Also, Gloe, wir werden Dieses Mal nicht Mitarbeiter des Monats Der Klient ist König Fette Ratte Okay, wird da noch was ekelnd draus oder was? Ja Verdammte Axt Okay, zwei Schüsse Dürfen jetzt Bei der Pimpen Red 9 Dafür sorgen, dass das reicht Hallo Wollte nur kurz mal vorbeikommen Und uns Hallo sagen Hier Euro-Palette Oh, ein Schatz Kann man einen Schatz übersehen Das ist ja was ganz Neues hier bei mir So, okay Wo ist er denn hier? Irgendwo hinten in der Ecke Ach, hier Meine Taschenuhr Okay Typisch mal 8000 PC-Tors So Achso, ich brauche jetzt noch ein Fass Okay Sein Kristall Schön Was? Achso Ja, jetzt muss ich mit dem Motorboot abgehauen Verdammt Tja, na denn Bootschlüssel genommen Leon Wieso ist er denn so überrascht? Ihn jetzt da zu sehen? Mist Suchst du was? Und wir fahren jetzt gerne noch ein Fass Und wir fahren jetzt gerne noch ein Fass !? ! Vielen Dank.